Wir gucken uns mal Funktionen an und zwar auf Stetigkeit. Jetzt ist es ja so eine Sache. Stetigkeit kann ich mir so darstellen, dass wenn ich einen Stift nehme und sage, ich möchte jetzt hier diese Funktion in einem Pfad durchzeichnen, ich hier ein Problem bekomme. Das sieht man an der Stelle, denn ich kann nicht einfach, die geht mir bis ins Minusunendliche. Tja, wie soll ich vom Minusunendlichen einen weiteren Strich bis ins Plusunendliche machen und dann hier weiterzeichnen können? Das heißt, an der Stelle ist die Funktion nicht stetig. Sie geht nicht einfach weiter. Sie ist nicht weiter zeichnbar. Das ist ja vielleicht im Grafischen noch alles gar nicht so schwer, aber der Haken ist da dran. Was machen wir, wenn wir sagen, wir müssen das rechnerisch nachweisen? Und dann müssen wir uns ein paar Merkmale angucken. Das machen wir anhand der Kurve. Wenn ich jetzt mir nur ein Intervall von hier bis hier betrachte, dann kann ich sagen, okay, dann betrachte ich einfach die Funktion in diesem Stück hier und kann dann einfach mal Testeinsetzungen machen und kann ausrechnen und sagen, ja, ich kriege jedes Mal einen Funktionswert raus. Das heißt, ich kann hier verschiedene, in meiner Wertetabelle verschiedene Funktionswerte einsetzen und das klappt. Ich kann das ja auch alles machen, bis ich an diese Stelle komme, hier 0. Hier wird es spannend. Ich nehme nochmal diese dicken Striche weg. Also, jetzt an diese Stelle müssen wir kommen. Das heißt, hier, hier passiert irgendwas. Wir wissen, das ist eine Asymptote. Da schmiegt sich der Graf der Funktion unendlich nah an. Ja, das nutzt uns aber jetzt nicht. Was kann man also sagen? Ein Merkmal, und das ist auch ein Merkmal für die rein rechnerische Herangehensweise. Wenn ich hier nichts malen kann, dann habe ich auch keinen Funktionswert, keinen darstellbaren Funktionswert. Und das ist also schon eine der Bedingungen. Ich nenne sie mal die dritte Bedingung. Och, die könnte ich eigentlich rot malen. Die dritte Bedingung heißt, f von x existiert an einer bestimmten Stelle. Und zwar die Stelle, die mich hier interessiert. Ich nenne sie mal einfach x0. x0 weiß ich, x0 ist normalerweise die Bezeichnung von Nullstellen, ist auch unglücklich, wird aber gerne in der Mathematik genommen. Das heißt, f von x0 existiert. Wenn das der Fall ist, dann habe ich schon eine der drei Bedingungen, dass ich auch wirklich Stetigkeit vorliegen habe. Hier an dieser Stelle ist es offensichtlich nicht so. Wie könnte man noch rangehen? Wie könnte man das noch ausrechnen? Da müssen wir jetzt ganz kurz das... Wir haben jetzt hier nochmal schnell nachgeschaut. Wir nehmen mal eine stetige Funktion und sagen, hm, also wenn f von x gleich x² ist und ich setze mal zufälligerweise x0 als 0 ein, ich könnte auch x0 mal hier hinsetzen und sage, die Stelle interessiert mich. Dann sage ich, okay, rechne wir mal aus. Kann ich das ausrechnen? Ja, wenn ich hier eine 0 einsetze, x², also 0², das funktioniert, dann haben wir schon eine Bedingung erfüllt. Wir gehen nochmal an die andere ran. Ähm, der Grenzwert, der hier in die Richtung laufen würde, beziehungsweise hier, ist ein uneigentlicher Grenzwert. Das heißt, der ist unendlich oder minus unendlich. Minus unendlich plus 1, ja, ist bestimmt nicht so groß wie... Äh, ist bestimmt nicht so wie minus unendlich plus 1000 oder was auch immer. Aber wenn ich weiß, wo unendlich ist, dann kann ich auch wieder mit 1 oder 1000 was anfangen. Also das ist ein Problem. So, jetzt, wir hatten jetzt aus dem Buch rausgeschrieben, Limes von f von x, wenn ich x gegen diese berühmte Stelle, die zu untersuchende Stelle streben lasse, x0 genannt, der existiert. Ja, ein Grenzwert existiert. Nochmal, wozu ist das so wichtig? Und die zweite Bedingung ist, dass dieser Limes hier, also, warte mal, dass dieser Limes gleich dem echten Funktionswert ist. Das heißt also, alle drei Bedingungen sind miteinander verknüpft. Jetzt müssen wir nochmal überlegen. Wo liegt der Trick? Wenn ich also sage, ich kann das Ding berechnen. Einverstanden. Kann ich berechnen. Ist unendlich. Oder minus unendlich. Aber, wenn ich einen echten Grenzwert darstellen möchte, dann brauche ich auch einen wirklichen echten Wert, der zu berechnen ist. Und unendlich ist kein echter Grenzwert, das ist ein uneigentlicher Grenzwert. Demzufolge lässt er sich nicht damit vereinbaren. Probieren wir das nochmal hier aus. Aber ich mache nochmal eine Pause, damit wir das durchdiskutieren können. Also nochmal zum Thema, Grenzwert ist gleich Funktionswert. Ich gehe nochmal hier auf dieses Ding ein. Hier auf diese Stelle. Nehmen wir mal an, die ist schon ganz weit rechts. Ich habe schon unten, unterm Bruchstrich, eine Milliarde stehen. Dann heißt es aber eine, ein Milliardstel der Funktionswert, der dabei rauskommt. Und jetzt ist die Frage, weshalb sind die drei Merkmale so eng miteinander verknüpft. Wenn ich also einen Wert finde, der so groß ist, dass eine echte Null rauskommt, nämlich der Grenzwert hier rechtsseitig wird mal irgendwann Null werden, aber finde ich auch eine Zahl, die wirklich dann als insgesamt aber auch Null ergibt, wenn ich die finde, dann habe ich eine echte Verknüpfung, dann kann ich sagen, dann stimmt das wirklich. Das ist der Haken da drin. So, jetzt betrachten wir das Ganze mal hier für dieses Stückchen x0. Das habe ich mir, wir nehmen mal nicht ausgerechnet die Null als x0, das wäre ein bisschen doof, sondern wir nehmen mal einfach die 1. Also das lassen wir mal hier, das ist jetzt nicht günstig, sondern wir nehmen einfach mal eine gedachte 1. Mal sehen, ob das geht. Das heißt, jetzt mal in Lupe vergrößert, ich nähere mich dieser Zahl mal von beiden Seiten. Das heißt, ich setze erst 0,9 ein, dann ergibt sich 0,81 als Funktionswert. Ich setze 0,99 ein, dann wahrscheinlich komme ich immer weiter an diese 1 ran, denn wenn ich eine 1 echt einsetze, kriege ich auch eine 1 raus. Einverstanden? Bis dahin. So, und dieses mich annähern, das heißt, ich betrachte dieses unendlich nahe Annähern hier, an diesem Punkt, der ja eigentlich heißt, der Punkt heißt ja eigentlich 1,1. Dieses unendlich nahe Annähern bedeutet auch eine Grenzwertbetrachtung. Wenn ich also einen Grenzwert für diese Stelle, für dieses Annähern an diese Stelle errechne, und der Grenzwert ergibt sich aus der Berechnung, wie man Grenzwerte halt errechnet, als 1, und ich kann auch noch gleichzeitig einen Funktionswert dafür ermitteln, der genau dem Grenzwert ist, dann habe ich wirklich Stetigkeit vorliegen. Wir haben mal spaßenshalber, ich finde jetzt keine andere Funktion, wir haben mal spaßenshalber eine Funktion gebastelt, die sieht so aus, wie hier beschrieben. Und der Graph, der wäre ganz komisch, also der würde hier ganz seltsam durch die Gegend sausen und hätte auch Probleme, das heißt, zum Beispiel, wenn ich eine 0 einsetze, kriege ich hier ein Problem, das heißt, ich habe zwar eine 0 eingesetzt, aber plus 1 durch, und endlich, ja, hier, irgendwas macht der hier. Setze ich eine minus 1 ein, erhalte ich 0, das geht noch. Also hier, setze ich eine minus 1 ein, erhalte ich 0. Hier habe ich meinen Kolonatenursprung wohlgemerkt. So, und der macht hier solche komischen Sprünge, ich hätte jetzt gerne noch eine Funktion gehabt, die eine Lücke macht. Nehmen wir mal an, so was gäbe es, also das heißt, ich finde eine Funktion, die eine Lücke hat, ich komme jetzt wirklich nicht drauf auf die Schnelle, dann könnte die zum Beispiel so aussehen. Die geht hier einfach so weiter, an irgendeiner Stelle meckert sie und bricht ab, und ich kann da nichts machen, die geht nicht nach oben, nicht nach unten weg, die hat einfach hier nichts. Dann kann ich aber Folgendes sagen, und das kommt jetzt mit diesen Intervallen, dass ich zum Beispiel sagen kann, hier fange ich an, von A bis, ganz knapp davor, über B, hier, da ist die Funktion stetig. Ich kann durchmalen, ich finde überall, ich kann mich an beliebige Punkte hier drauf annähern, ich kann diese Punkte, diese Annäherung, diese Grenzwerte, kann ich auch gleich den Funktionswert setzen, stetig. Ich kann ab hier wieder weitermachen, ich könnte zum Beispiel sagen, hier ist Punkt C, und hier ist Punkt D, auch hier stetig, kein Problem. Aber genau an der Stelle, da gibt es ein Problem. Das heißt, wenn ich das Intervall von, hier habe ich D, von A nach D nehme, dann ist sie nicht stetig. Nehme ich aber ein Intervall, was davor oder danach liegt, kann es durchaus stetig sein. Das ist immer das, was einen interessiert. Es gibt Messwerte und Messreihen, da machen solche Dinge Sinn. Denn, das heißt, ich muss mich zum Beispiel auf bestimmte Messwerte, die davor liegen von A und B, gar nicht konzentrieren. Ich muss bloß vorher ausrechnen, werden meine Messwerte auch wirklich existent sein. Das sind solche Beispiele dazu. Das heißt jetzt in der Praxis, wenn ich so eine Funktion hier zum Beispiel habe und untersuchen will, und zwar für die Stelle x0 gleich 2, dann fange ich persönlich immer mit der dritten Bedingung an, und zwar existiert f von, hier in diesem Fall von x0, sprich existiert, kann ich auch sagen, f von 2. Geht das? Wenn ich das einsetze und ich merke schon, das Ding stinkt, naja, dann heißt das, da gibt es keinen Funktionswert. Kein Funktionswert heißt, an der Stelle ist nichts. Und wenn nichts ist, da brauche ich auch keinen Grenzwert zu berechnen. Das ist das erste Kriterium. Natürlich, ich lasse jetzt den anderen Beweis jetzt mal weg, natürlich ist es wichtig, dass ich die Grenzwerte auch mit berechne. Denn, es könnte ja auch folgende Funktion sein, die mag ja noch so leicht aussehen, die hat folgenden Verlauf. Hier ist die y-Achse, hier ist die x-Achse, hier kommt meine Funktion anmarschiert, hört hier auf und geht hier oben weiter. Solche gibt es, Signumfunktionen und so weiter. So, wenn ich jetzt diesen Grenzwert ausrechne, und der Funktionswert existiert schon, und diesen auch noch, und die beiden stimmen nicht überein, dann muss ich dazwischen irgendwas vermuten, was nicht stimmt, wo ich absetzen muss. An der Stelle ist es vorbei. Ich kann nicht mit einem Strich durchzeichnen. Und wenn ich hier zwei unterschiedliche Funktionswerte habe, stimmt es auch nicht. Also, linksseitig. Dieses geht aber nicht durch das pure Einsetzen, durch die dritte Sache hier. Das geht nicht, das reicht nicht. Sondern hier muss ich dann wieder mit Grenzwerten arbeiten. Sonst haut es nicht hin. Denn einmal habe ich den Grenzwert vielleicht minus 1, und der andere ist 2, und die stimmen nun beim besten Willen nicht überein. Also, dafür braucht man erste und zweite Bedingungen auch. Nochmal, um das Wort Grenzwert noch ein bisschen besser darzustellen. Grenzwert heißt nicht unbedingt, dass ich mich hier irgendwelchen Asymptoten annähere oder nicht. Oder die vielleicht gar keine Asymptoten sind, dass ich die auch mal durchkreuzen kann. Darum geht es nicht. Sondern, Grenzwert heißt, mich rechnerisch so anzunähern, an einen bestimmten, mich interessierenden Punkt. Hier, von dieser Parabel, der Ausschnitt. Mich interessiert zum Beispiel der Punkt 1,1. Der existiert, und was passiert aber in seiner Nähe? Und jetzt komme ich mal auf etwas Verrücktes. Es ist im Messwesen durchaus möglich, dass ich, nehmen wir nochmal unseren Punkt 1,1, der liegt hier, der gehört eigentlich mit dazu, dass ich, und zwar ganz kurz vorher, hier furchtbare Schwingungen reinkriege, die sich dann hier dahinter vielleicht nochmal fortsetzen und dann weitergehen. Und da ist es interessant, sich das nochmal genauer anzugucken. Eieiei, meine Vergrößerung, das wird immer schlimmer. Wenn ich mir das also nochmal angucke und sage, hier habe ich meinen Punkt, der mich interessiert, und meine Kurve hat hier aber furchtbar viele Ausschläge, und die kann ich aber kaum messen, weil ich mich so hier vielleicht auf ein Milliardstel an diesem Punkt 1,1 angenähert habe. Dann kann es aber für die Steuer- und Regeltechnik bedeuten, dass mir an dieser Stelle mein Gerät unerklärliche Funktionen zeigt. Und insofern ist es auch interessant. Das heißt, ich kann mich grenzwertmäßig hier annähern, indem ich hier meinetwegen nur noch ein Milliardstel links und rechts oder oben und darunter von dem Punkt entfernt bin und kann dann rechnerisch erspüren, dass mir da mein Gerät totalen Blödsinn anzeigen wird oder total falsch reagieren wird. Ganz gefährlich bei Flugzeugen, die im, jetzt sage ich mal ganz bestimmt, Grenzwertbereich fliegen, da gibt es plötzlich ganz furchtbare Erscheinungen, da drehen sich die Ruderwirkungen um und alles. Das heißt, der Pilot zieht und denkt, die Karre geht nach oben, dabei geht sie auf die Nase und rammt in den Boden. Solche Dinge passieren. Deswegen ist es interessant, sich grenzwertig einen bestimmten, durchaus existierenden Wert anzunähern und die Umgebung zu betrachten. Das ist das Spannende an der Grenzwertbetrachtung. Wir haben uns mal ganz schnell angeguckt, was solche Funktionen bedeuten. Das ist zum Beispiel eine zusammengesetzte Funktion aus einem blauen Teil x² minus 1,5 x und plus 7. Plus 7 bedeutet bloß, irgendwo wird die y-Achse bei plus 7 geschnitten. Wie das in diesem Bereich aussieht, in dem roten, liegt daran, dass ich, wenn ich hier kleine Werte einsetze, ich setze mal 0,1 ein, 0,1 zum Quadrat bedeutet aber 0,01, nur noch 0,1. 0,1 mal minus 1,5 bedeutet aber nur minus 0,05. Das ist nicht so schlimm wie ein Hundertstel. 0,05, das heißt hier in diesem Bereich hier wird das Ding durch eine negativ verlaufende Gerade sozusagen gestört. So kann man sich das vorstellen. Gebrochen rationale Funktionen, das hier, das ist was Schlimmes. Dann hier haben wir an der Stelle x0 gleich minus 7 ein Problem. Da müssen wir drauf achten. So, wir schließen das Video. Das ist wie gesagt ein ganz kurzer Grobabriss hier über das Thema Funktion, Stierigkeit und so weiter. Mal ganz grob. Das hat jetzt nichts mit Unterricht zu tun. Wir schließen das Video jetzt mal an der Stelle ab. Dann, bisこれで Leben grüren an wir in dieBERT Abrainer an sollten Und dann, bis 88, balm stroll auf dieses Video.